Deo, dein wichtigstes Tor? Das Tor gegen die TSG Hochmann in Sinnenfingen 2016. Dein schönster Moment beim SK Rapid? Mercedes-Benz Cup Sieger 2016. Und das Trainingslager war für dich? Wunderbar. Dein Lieblingsspieler? Also mein Lieblingsspieler ist Robert Lewandowski. Dein schönster Moment beim Nachwuchs-Nationalteam? Beim Sieg gegen Deutschland wurde ich zum Man of the Match gewählt. 2015 im Sommer. Und das Trainingslager war? Für mich super. Leo, dein Lieblingsverein? Arsenal London. Dein schönster Moment beim SK Rapid? Ja, ich habe zwei davon. Nämlich wurde ich zweimal Meister mit Rapid in der tote Jungliga. Und das Trainingslager war für dich? Einfach nur super. Christian, tu idolo? Sergio Ramos. Tu mejor momento con el SK Rapid? El Torneo en Holanda y el juego contra el FC Barcelona. Und das Trainingslager war für dich? Super. So, Burschen, und abschließend, euer Ziel beim SK Rapid. Profeer und viel Erfolg mit Rapid feiern. Dankeschön. Bitte. Wenn's das denn um abuse laut? Da geht's gar nicht.